Kirtanamela Kirtanamela ist ein schönes Wort, das entstanden so vor Ewigkeit. Kirtan bedeutet einfach zusammensingen und Mela bedeutet sehr viele zusammensingen. Kirtan Mela heißt, man kommt zusammen, um gemeinsam bei den heiligen Namen Gottes zu chanten. Und das ist die Praxis, die empfohlen ist für diese Zeit. Dienst für jemand anderen. Aber das ist der richtige Dienst. Der Weinschnauer zufrieden zu stellen. Weil Krishna sagt, wir einfach, mir direkt dienen. Das ist nicht mein Devote. Aber wer dient meinem Devote, das ist mein Devote. Ja, I love this festival. So, this Kirtan Mela was wonderful, because the people who come to the Kirtan Mela are the people who love Kirtan. Was man bei so einem Festival erfährt oder was man erlebt, eigentlich ist es das unser wahres Leben. So, this is her life to doing REO! Arriba! Arriba!